Bei einer Flugshow in Xi'an kam es zu einem tragischen Flugzeugabsturz. Ein Pilot kam dabei ums Leben. Ein tödlicher Unfall überschattete am 15. Oktober eine Flugshow in der chinesischen Stadt Xi'an. Ein Kampfjet stürzte während der Show ab. Ein Pilot starb. Die Bilder zeigen, wie sich einer der Piloten Sekunden vor dem Aufprall mit dem Schleudersitz retten konnte. Der andere Pilot konnte den Jet nicht mehr rechtzeitig verlassen. Ob mechanische Probleme oder menschliches Versagen zu dem Absturz geführt haben, steht noch nicht fest. Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um einen als Flying Leopard bekannten Kampfjet. Normalerweise werden militärische Unfälle vom chinesischen Regime vertuscht. Eine Geheimhaltung war in diesem Fall aber unmöglich, da sich der Unfall bei einer öffentlichen Flugshow ereignete und sich das Bildmaterial schnell im Internet verbreitete.